So, hier sind wir auf der ersten Burg Steyrberg. Die zweite ist da, wo der Amtshof ist. Da vorne ist die Große Aue. Und wenn mich alles täuscht, ist da hinten der Uchter Mühlenbach. Der mündet in die Große Aue. Hier unten sehen wir den Hexenweg. Ja, und das ist der Burghügel. Den kennt ihr ja, das ist der Flash Boy. So, mein feuertreuer Hund. Das war ich nicht. Das war ich nicht. Untertitelung des ZDF, 2020